einen leck will ich nicht haben wuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Okay, die Polizei fahre nicht mehr noch mehr. Ja, stimmt, hier war's. Was ich damit meine, ist... Ich hoffe, das ist jetzt so. Jetzt war ich das letzte Mal hier oder so. Zumindest. Komm schon. Ja, genau, hier. Nehme ich ein Quad? 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 Oder... Ach komm, ich nehm nur Geld. So. What the fuck? Nehme ich ein Quad? Hmm. Nein, nein, da. Leih! Let's-a-go Yeah, ist das beste Fahrzeug, was ich kenne Ist voll schnell Ich mag es Ich finde das richtig geil Und da gibt es auch Quatsch Ich glaube, sonst findet man kaum keine Quatsch Komm, keine Katze Kaputt Aua, Aua Entschuldigung Ach, da war gar nicht keiner drin Hä? Da sind gerade drei Pfeile Sooo Das war jetzt ein bisschen länger gesagt Aber scheiße Sooo Ne, ich nehme die nur an hier Okay, der kommt mit So Eigentlich soll man den Wagen nehmen Aber eigentlich jeder mit irgendeinem anderen Wagen Entschuldigung, das Moped hier Oder nehme ich den? Nehme ich das? Nehme ich das? Nehme ich das? Piers Komm schon, Digga Sooo Wieso fährt der so ein Zickzack? Der ist gerade frei Okay Mh 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 Ne Hack Ja doch, hey Gott Alles komm Intere Tunings Ja komm jetzt mach mir drauf, komm alles drauf Lackierung Karosseriefarbe Können wir nehmen so einen auflegeln So ein bisschen so Gänzend Ah, Mann Ziere Streifenfarbe Ne, nicht alles So, Lack 1, Metall Das hier Gummi Waaaaaah, WTF Die Streifenfarbe, Lack 2 Und das kommt schwarz Und das dritte Ne Gummi Yeah Felgenfarbe Ja Komm goldene Felgen Ja, go Gooo Pascht Unterbrunnenlichtfarbe Komm noch in die Sandsfarbe Wir fortsetzen Ja Los gehts Ich hab's mir kurz so good morning da 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 oh tschüss oh tschüss oh jetzt kann ich das wieder anmachen Da 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 da. What the fuck?! Das war irgendwie zu ihm. Ne, ich lasse es lieber. What the fuck macht der da? Oh my god. Oh oh oh. Oh 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 oh. Man. Kann man nicht so gut da durchfahren. Mach auf is. Oh my god. Yeah. Oh my god. Oh my god. Ich gehe noch nicht so weiter, also. Alter, kannst du nicht mal richtig einparken, du Idiot? So. Tür öffnen. So, dann wollen wir uns mal einklaren. Hüte. Ist das ein Headset? Ne. Na. Ich gehe mal, glaube ich. Ja, die Mütze. Mütze. Da kommt so ein Orange und dann so ein... So. WTF? Ich fülle so einen Scheiß nicht. Ah komm, hier, die nehmen wir. Die machen wir jetzt aber schwarz und das hier. In so einem Helm oder so ein... In dem Blau. ... ... ... ... ... ... ... Ach, wisst ihr was? Ich überspring erst mal kurz. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Oh, scheiße. Was kommt da? Nein. ... ... Ich weiß es nicht. Dort. Ach komm, weißt du was? Übrigens, so sieht der jetzt... Komm schon, zeig ich mal von vorne. So sieht der jetzt aus. Alter, ey, wer ballert jetzt auf mich? So. Äh, ich nehme... Komm, wir nehmen das Auto hier. Kann er nämlich mit einsteigen. Pierce, komm schon! Ja, und er hat alle Zeit der Wild, ne? ... ... Ups. Komm schon. Alter, ey, bläh! Und hier, komm mal, guck mal, hier kriegst du auch noch. Mann, ich war das nicht. Das sind diese scheiß... ...Morgenstern, Leute. Oh, hier kriegst du noch eine Granate. Komma! Hahahaha! Dong, dong, dong. So. Er ist nicht sauber eingepackt. Ach, komm schon! Ah, geht doch. Wer ist jetzt auch? So. Geschafft! Was? So. Und das war's doch erstmal von... ...der ersten Aufnahmestoffel. Ich muss jetzt aufhören, sonst hätte ich ihn noch länger aufgenommen. Bloß... ...kriegen wir Suche, also... Ne? Ich bin mal wirklich, ich will was will, wann ich will, wie ich will. Tschau, bis zum nächsten Mal. Tschau, bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.